Herzlich willkommen bei Lebenskunst. Zwei Fragen. Wer bin ich und was bieten wir an? Mein Name ist Whitney Breyer. Ich bin gebürtige Amerikanerin, komme ursprünglich aus Florida und wohne seit 25 Jahren im Ausland. Was bieten wir an? Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Organisationsentwicklung an. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir erstmal zuhören. Wir müssen wirklich verstehen, was Ihnen wichtig ist. Was brauchen Sie? Was braucht Ihr Team? Was braucht Ihre Abteilung, Ihr Unternehmen? Was brauchen Sie? Was ist der Ist-Zustand? Und vor allem, wo möchten Sie hin? Was ist die Vision? Und dann begleiten wir Sie auf dieser Reise. Ja, seine Reise, die wir gemeinsam betreten. Wir helfen Ihnen aus verschiedenen Werkzeugskisten, aus verschiedenen Tools, Interventionen, das gesamte Trainerteam, Lösungen zu entwickeln. Wir sprechen das gemeinsam in Ihnen ab. Wir bieten Ihnen verschiedene Konzepte an, weil jedes Team, jede Person tickt ein bisschen anders. Gut, das bieten wir an im Sinne von Trainings, Events, Keynotes, Coachings, Teamworkshops, Projektbegleitung, wie auch immer. Und mehr erfahren Sie jetzt auf dieser Webseite. Was motiviert mich? Was motiviert mich? Wenn ich morgens aufstehe, empfinde ich Dankbarkeit. Dankbarkeit ist, dass ich das machen darf, was ich liebe. Und es ist, Menschen und Firmen zu entwickeln, weiterzubringen und Menschen zu begleiten, ihre Ziele umzusetzen, diesen Teams zu begleiten, dass sie gerne zur Arbeit kommen, dass die Probleme gelöst sind, dass Projektziele umgesetzt und zwar nachhaltig umgesetzt werden und dass Konflikte gelöst werden, dass Leute ihr Potenzial ausschöpfen können. Das ist, was mich motiviert. Und dafür stehe ich unglaublich gerne morgens auf. Was bedeutet Lebenskunst? Zugegeben, vielleicht lese ich Lebenskunst mit meinen amerikanischen Augen und Ohren. Lebenskunst bedeutet wirklich übersetzt the art of living. Und ja, es ist eine bewusste Entscheidung, wie ich mein Leben lebe. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Verhalten, für meine Handlungen und ja, für mein Leben und für die Entscheidungen, die ich treffe oder nicht treffe. Und Resilienz ist auch stark mit Lebenskunst verbunden. Resilienz, die Fähigkeit nicht nur wieder aufzustehen nach einer Krise, es ist die Fähigkeit nach einer Krise stärker zu sein. Weil ich habe meine Stärken eingesetzt und ich habe was gelernt. Und ich bin für die nächste Krise vielleicht besser bewaffnet und vorbereitet. Das ist Lebenskunst. Was zeichnet mich aus? Jetzt habe ich einen Spickzettel dabei. Ich habe heute die Mathe gemacht und ich war etwas überrascht. In den letzten 25 Jahren habe ich 6300 Tage Erfahrung aus Coach, Trainerin und Speakerin gesammelt. Und ich habe 90.000 Teilnehmer weltweit in diesen 25 Jahren begleitet. 90.000 Menschen in über 25 Ländern. Das ist was mich auszeichnet. Was mich auch auszeichnet ist auch Zweisprachigkeit. Alle unsere Trainings sind auf Deutsch oder Englisch. Alle Unterlagen sind in Zweisprachen und das gesamte Trainerteam ist auch zweisprachig. Es ist überhaupt kein Problem. Und das zeichnet uns aus. Und wir lieben was wir tun. Das ganze Trainerteam sind leidenschaftlich und sie brennen für ihre Arbeit. Und die Arbeit ist sie zu unterstützen, damit sie ans Ziel kommen. Worauf lege ich Wert? Was ist mir wichtig? Ich lege sehr viel Wert auf Kreativität. Ich lege viel Wert auf Trainings, die wirklich verschiedene Lernpräferenzen ansprechen. Wir sagen hier in Köln, jeder Jekke ist anders und jeder Jekke lernt ein bisschen anders. Unsere Trainings sind interaktiv und vielfältig. Die sind auch emotional. Das Herz sprechen wir auch an. Und das ist mir unglaublich wichtig. Ich lege sehr viel Wert für mich persönlich auf Anpassungsfähigkeit und Flexibilität und persönliche Resilienz. Wirklich die Fähigkeit, Chancen zu ergreifen, wenn wir vor großen Krisen und Herausforderungen stehen. Was ist mir wirklich wichtig, dass die Kunden, dass die Teilnehmer aus einem Training oder Coaching oder Team Event mitnehmen? Ich möchte, dass das Gelernte erfolgreich und nachhaltig umgesetzt wird. Punkt. Ich möchte, dass die Freude am Lernen haben und ich möchte, dass sie auch wissen, nach einem Training, dass das Gelernte umzusetzen, dass eine Lernkurve damit verbunden ist. Eine Lernkurve heißt, es wird vielleicht nicht perfekt sein. Und wissen Sie was? Das ist okay. Ich lerne daraus und ich darf auch Fehler machen. Auch bei der Umsetzung. Wenn ich daraus lerne und ein Tick besser wird. Und was wir auch im Training betonen, ist die positive Psychologie. Diese Freude am Lernen und das Positive zu sehen. Und mit einer großen Prise Optimismus und Humor und Spaß dabei. Was geht gar nicht im Training? Was geht gar nicht im Training? Das ist die einfachste Frage zu beantworten. Es heißt PowerPoint Folien und Laptops. Das geht gar nicht. Ich glaube nicht, dass der Mensch lernt, indem er auf Folien die ganze Zeit glotzt und versucht, sich alles zu merken. Das ist nicht Lernen. Das ist Langeweile. Und das ist wirklich, finde ich, unverschämt aus der Trainer-Sicht. Unsere Trainings sind interaktiv. Unser Motto Other People Matter. Menschen sind wichtig, dass sie zugehört werden. Und wir legen sehr viel Wert auf ungefähr 30% Trainer Input, 70% Teilnehmer Output. Das heißt Reden, Diskutieren, Gruppenarbeit und Begleitung von uns als Trainerteam. Und nun, wie geht es weiter? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Rufen Sie uns an. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Und wir freuen uns sehr auf das erste unverbindliche Gespräch mit Ihnen. Wir hören zu. Wir stellen Fragen. Wir möchten einfach mehr erfahren, wie wir Sie am besten unterstützen können. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.